Einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Freunde der gepflegten SAP Grundlagen. Heute in diesem Video befassen wir uns mit dem SAP Sperrkonzept, also mit NQs, Sperren auf der Anwendungsebene, wie das Ganze läuft, wozu das Ganze gut ist und ihr werdet nach diesem Video verstehen, wozu in einem SAP System eigentlich der NQ Server gut ist und wie SAP Sperren funktionieren und was ihr Zweck ist. Wir gehen von folgendem Szenario aus, wir haben ein SAP System, auf dieses SAP System greifen zwei Benutzer zu. In diesem SAP System gibt es Ausgangsrechnungen, die gepflegt sind und eine dieser Ausgangsrechnungen muss geändert werden. Wir gehen jetzt in dem Beispiel davon aus, dass die Rechnung direkt geändert wird, das heißt es wird kein zweiter Beleg erzeugt, der den ersten einfach nur korrigiert, sondern wir sagen, wir wollen eine direkte Änderung in dieser Rechnung machen. Wir wollen in die Rechnung reinspringen und wollen einen Artikel aus ihr entfernen. Ja, das ist jetzt einfach nur ein vereinfachtes Veranschaulichungsbeispiel. Benutzer 1 geht jetzt her und guckt sich die Rechnung erstmal an. Das heißt, Benutzer 1 macht einen lesenden Zugriff auf diese Ausgangsrechnung, denn er möchte sich erstmal die Ausgangsrechnung anschauen, bevor er sie ändert. Benutzer 1 hat die Absicht, die Rechnung zu ändern. So, jetzt blende ich euch kurz hier das SAP Sperrkonzept ein und zwar läuft das Ganze so. Ein SAP System kennt verschiedene Sperren. Wir setzen jetzt als erstes eine Lesesperre. Eine Lesesperre bedeutet, jeder Benutzer, der lesend auf ein Datum, einen Beleg zugreift, der setzt eine solche Lesesperre. Allerdings ist es so, mehrere Benutzer können gleichzeitig im Anzeigemodus auf die Daten zugreifen. Das heißt, die Anforderungen weiterer Lesesperren werden akzeptiert, auch wenn diese von anderen Benutzern kommen. So, dann schauen wir doch mal, was passiert jetzt, wenn der zweite Benutzer auch lesend auf die Rechnung zugreifen möchte. Das geht. Das heißt, beide Benutzer können lesend auf die Rechnung zugreifen. Sie können sich beide die Rechnung anzeigen lassen und beide haben aktuell eine Lesesperre gesetzt. Das heißt, die Lesesperre hat das Kürzel S für Shared und beide haben im Moment eine Lesesperre gesetzt. So, jetzt möchte Benutzer 1 anfangen, die Rechnung zu ändern. Das bedeutet, er möchte eine Schreibsperre setzen und dann schauen wir uns kurz die Schreibsperre an. Eine Schreibsperre schützt das gesperrte Objekt gegen Sperren aller anderen Transaktionen. Nur derselbe Sperreigentümer kann die Sperre erneut setzen. Und hier bei der Lesesperre gibt es hier noch was. Eine Schreibsperre von einem anderen Benutzer auf ein Objekt, das schon eine Lesesperre hat, wird zurückgewiesen. Okay, das bedeutet, sagen wir mal aktuell haben beide Benutzer ihre Lesesperre gesetzt und jetzt möchte Benutzer 1 die Rechnung ändern. Er klickt also im SAP Logon auf das Stiftsymbol und was wird er als Meldung zurückbekommen? Er möchte jetzt eine Schreibsperre setzen. Der hat das Kürzel E. Der Benutzer wird eine Fehlermeldung bekommen, dass diese Rechnung aktuell von einem anderen Benutzer betrachtet wird. Das wiederum soll verhindern, dass Benutzer 2 mit obsoleten Daten arbeitet. Wenn dieser Mechanismus nicht da wäre, dann könnte Folgendes passieren. Benutzer 1 bearbeitet die Ausgangsrechnung und entfernt den Artikel. Benutzer 2 hat die Rechnung aber noch in einem alten Fenster geöffnet. Zum Beispiel in einem alten SAP Logon Fenster oder in einem alten Browser Tab. Wenn er beispielsweise über die WebGUI oder über eine Fiori App auf die Rechnung zugreift. Und Benutzer 2 hat auf seinem Fenster aber noch den alten Stand. Bei ihm ist der eine Artikel noch drin. Das bedeutet, Benutzer 2 könnte jetzt davon ausgehen, dass der eine Artikel noch drin ist und dementsprechend könnten irgendwelche Folgefehler entstehen, was bei sich ein Artikel, der eigentlich nicht mehr verpackt werden soll, wird mitverpackt und mitverschickt und so weiter und so fort. Was muss also Benutzer 1 machen, damit er diese Schreibsperre setzen darf? Er muss Benutzer 2 fragen, aus der Transaktion rauszugehen, damit seine Lesesperre verschwindet. Okay, sagen wir mal, dass es jetzt passiert. Benutzer 1 sagt, hey, Benutzer 2, geh bitte aus der Transaktion raus, die Lesesperre verschwindet. Jetzt existiert nur noch die Lesesperre von Benutzer 1 und wenn eine Schreibsperre vom selben Benutzer angefragt wird wie die Lesesperre, das heißt, es gibt keine Lesesperre mehr von anderen Benutzern, dann darf diese gesetzt werden. Das heißt, jetzt sitzt eine Schreibsperre auf dieser Ausgangsrechnung. Was passiert, wenn Benutzer 2 jetzt nochmal kurzfristig entscheidet, oh Mann, ich würde gerne nochmal was nachgucken und versucht jetzt nochmal lesend auf die Rechnung zuzugreifen. Benutzer 2 bekommt jetzt eine Fehlermeldung, dass die Rechnung gerade von Benutzer 1 geändert wird. Das heißt, es wird Benutzer 2 nicht erlaubt, lesend auf die Rechnung zuzugreifen und seine Lesesperre wird abgelehnt. Daraus erschließt sich logischerweise auch, dass wenn Benutzer 2, hier übrigens Benutzer 1, greift ja jetzt schreibend mittlerweile zu, es versteht sich von selbst, dass wenn Benutzer 2 jetzt ebenfalls versucht, schreibend auf die Rechnung zuzugreifen, also die Rechnung zu ändern, dass seine Schreibsperre dann ebenfalls abgelehnt wird. Das heißt, es soll nicht möglich sein, dass zwei Benutzer gleichzeitig die Rechnung ändern. Wäre dem nicht so, könnte beispielsweise Folgendes passieren. Benutzer 1, sagen wir mal Benutzer 1, hat den Auftrag, einen Rabatt abzuziehen von der Rechnung. Das heißt, es soll ein Rabatt hinzugefügt werden, sagen wir mal von 50 Euro. Also wir machen jetzt mal nicht mit Prozent, sondern der Einfachheit halber sagen wir, der aktuelle Bruttopreis sind 150 Euro. Benutzer 1 soll 50 Euro abziehen vom Rechnungsbetrag. Benutzer 2 hat von seinem Chef einen anderen Auftrag bekommen, nämlich er soll 30 Euro abziehen. So, jetzt können hier verschiedene Dinge schief gehen, ja. Sagen wir, Benutzer 1 und Benutzer 2 öffnen die Rechnung gleichzeitig mit einem Ausgangsbetrag von 150 Euro. Benutzer 1 geht davon aus, er muss 50 Euro abziehen, das heißt, er gibt Bruttobetrag 100 Euro. Und Benutzer 2 geht davon aus, der aktuelle Rechnungsbetrag sind 150 Euro. Ich muss davon 30 Euro abziehen, das heißt, ich setze es auf 120 Euro. So, jetzt gewinnt, wer auch immer von den beiden als letzter speichert. Wenn Benutzer 2 als letzter speichert, ist der Betrag 120 Euro. Wenn Benutzer 1 speichert als letzter, ist der Betrag 100 Euro. Beides reflektiert aber nicht den Betrag, den wir eigentlich haben wollen, denn wir wollen ja sowohl die 50 Euro abziehen, als auch die 30 Euro. Das bedeutet, wir wollen 70 Euro stehen haben. Um es also kurz zu halten, wir wollen Schreibsperren voneinander abgrenzen, um solche Race Conditions zu verhindern. Das heißt, wir wollen verhindern, dass mehrere Benutzer dasselbe Datum oder denselben Beleg parallel ändern können. So, das bedeutet, eine Schreibsperre lehnt sowohl Lesesperren von anderen Benutzern ab, als auch Schreibsperren. Und das hat gute Gründe. Jetzt gibt es noch andere Arten von Sperren. Und zwar, wir hatten ja jetzt über die normale Schreibsperre gesprochen, jetzt gibt es noch die erweiterte Schreibsperre. Die erweiterte Schreibsperre schützt nicht nur vor Schreibsperren anderer Benutzer, die in anderen, ja von anderen Benutzern, sondern sie schützt auch vor Schreibsperren, die derselbe Benutzer in anderen Transaktionen setzt. Das bedeutet, sie stellt sicher, dass ein bestimmter Beleg nur von einer einzigen Transaktion aus, also um es einfach zu sagen, beispielsweise nur von einem SAP Logon Fenster oder nur von einem Report, der gerade läuft, bearbeitet werden kann. Das heißt, sie verhindert beispielsweise, dass derselbe Benutzer denselben Report mehrfach ausführt innerhalb derselben Transaktion und mehrfach das Datum bearbeitet. Das bedeutet, die erweiterte Schreibsperre schützt auch vor weiteren Sperren desselben Benutzers. Die normale Schreibsperre, da kann es sein, dass mehrere Schreibsperren gesetzt werden vom selben Benutzer. Das heißt, die können kumulativ sein. Das würde dann so aussehen. Wir konzentrieren uns jetzt hier auf die blaue Spalte jetzt mal. Wir haben einen Benutzer und der Benutzer setzt zum ersten Mal hier eine normale Schreibsperre. Der Zähler wird von 0 auf 1 erhöht und ein wenig später in einer anderen Transaktion setzt derselbe Benutzer eine weitere Schreibsperre. Der Zähler wird also auf 2 erhöht. Damit das Objekt für andere Benutzer freigegeben wird, müssen beide Sperren abgebaut werden. Das heißt, der Zähler muss zurück auf 0. Das kann bei normalen Schreibsperren so aussehen. Und das bedeutet, es gibt eine Schreibsperre für jede Transaktion, in der dieser Benutzer auf das Datum zugreift. Wohingegen bei der erweiterten Schreibsperre sichergestellt ist, dass derselbe Benutzer nur mit einer einzigen Transaktion auf dasselbe Datum, auf denselben Beleg zugreifen kann. Dann gibt es eine optimistische Sperre. Eine optimistische Sperre ist zunächst nur eine Lesesperre und kann später in eine Schreibsperre umgewandelt werden. Typischerweise passiert das folgendermaßen. Du öffnest einen Beleg im Änderungsmodus und wenn dieser Änderungsmodus nicht so programmiert wurde, dass er von Anfang an gleich eine Schreibsperre setzen soll, dann kannst du den Beleg oder das Datum ändern. Aber erst wenn du auf Speichern drückst, also auf das Disketten-Symbol, erst dann wird aus der optimistischen Lesesperre eine Schreibsperre gemacht. Das heißt, erst wenn du versuchst, deine Änderungen zu speichern, erst dann werden andere davon abgehalten, selber auf dieses Datum zuzugreifen. Das wird natürlich nur bei Daten gemacht, die nicht so kritisch sind, weil du änderst ja in der optimistischen Sperre deine Daten bereits, während die anderen Benutzer noch die alten Werte sich anschauen können. Das heißt, es kann hierbei noch zu Missverständnissen kommen, wo du schon neue Werte eingetragen hast, aber die anderen sehen auf ihrem Bildschirm noch die alten Werte. Und deswegen heißt die Sperre optimistisch, weil die optimistische Sperre eben davon ausgeht, dass das kein Problem ist. Und das geht eben nicht bei jedem Datum. Das geht nur bei Daten, die entsprechend, wo das nicht kritisch ist, dass ich noch alte Werte sehe, obwohl ein anderer schon an den Daten rumfuscht. Genau. Und das ist jetzt im Endeffekt der Überblick über die wichtigsten Sperr-Modi im SAP-System. Es gibt noch weitere. Es gibt noch einen U-Modus und ich glaube einen V-Modus. Aber das geht jetzt schon zu sehr ins Detail. Die vier sollen für den Anfang erstmal reichen. Damit wollen wir es heute belassen. Ich hoffe, das Video war für euch hilfreich. Falls ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Schreibt mir auch gerne Kommentare, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt zum Video. Ja, vielleicht wollt ihr ja noch was hinzufügen. Und ja, wenn ihr öfter solche Videos sehen wollt, gebt mir doch ein Abonnement. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.